Hey Leute und willkommen zu Historiker reagiert auf Greyhound Trailer. So, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Adrian, ich bin studierter Historiker, Fachbereich Militärgeschichte und ich war auch schon für verschiedene Museen als militärhistorischer Berater tätig, hauptsächlich im Bereich der Waffen und Rüstung im weitesten Sinne. Das heißt, zu Rüstungen gehört auch sowas wie moderne Panzer oder eben auch Schiffe und war eben auch schon für einige internationale Museen, gerade im Bereich der Darstellung von Waffen und Rüstung im weitesten Sinne, in Medien und Kunst zuständig. So, und jetzt haben mich einige von euch gefragt, Greyhound Trailer kam vorgestern raus und da waren so ein paar Fragen wie, oh ja, ist das denn so richtig und soll das da denn so und kannst du da mal ein Video zu machen? Und deswegen hier auch so ein erstes von mir, so ein React habe ich noch nie gemacht, also es wird jetzt auch kein React im Sinne von, oh geil, oh Explosionen, sondern ich habe den Trailer schon gesehen, auch schon bevor die Leute gefragt haben und ich fand ihn eigentlich ganz gut, ganz vorweg. und jetzt gehen wir einfach da mal durch und ich pausiere das hier und da mal und erzähle so ein paar Sachen dazu. So, da würde ich auch gar nicht weiter groß drum rum reden, wir legen einfach los. So, Nordatlantik 42, schon mal ein recht eindeutiges Setting und da machen wir jetzt auch schon die erste Pause, denn da haben wir jetzt das Protagonistenschiff, sagen wir jetzt schon mal dazu. die Greyhound, mehr oder weniger, weil es kommt gleich noch based on actual events, wobei das based on auch so ein bisschen, ja gut, also das ist kein wirklich historischer Film, will ich gerade dazu sagen, denn es basiert auf einer Romanvorlage, es ist eher eine Buchverfilmung. und zwar, jetzt fällt mir der Name des Buches gerade nicht ein, The Greyhound Shepard oder sowas, heißt das Buch, bin ich mir, irgendwas mit Shepard war es, aber Greyhound weiß ich nicht, ob das drin vorkommt und das Schiff heißt eigentlich auch anders, ist nur Codename Greyhound und im Buch ist es eine Mahan-Klasse oder Mahan, je nachdem wo man herkommt, wie man den guten Herrn Alfred Fairmayan aussprechen möchte, US-Admiral und was ich hierzu sagen will, das Schiff an sich wurde etwas verändert, also wir sehen später noch, es ist definitiv keine Mahan-Klasse und gerade an der Panant-Number, hier 548, da sehen wir auch schon, ja es passt nicht so wirklich in die Mahan-Ära rein, also da sind wir schon gut mitten in der Fletcher-Ära. Also, wobei man dazu auch sagen muss, die 548 ist laut Panant-Verzeichnis kein amerikanischer Kreuzer gewesen. Es gibt eine Fletcher-Klasse mit der 547 und es gibt eine Fletcher-Klasse mit der 550. Es gab, so was ich weiß, einen Minesweeper mit der 548, aber ein Zerstörer war die 548 nie, von daher, wie gesagt, ein fiktives Schiff, eine fiktive Handlung, kein wirklich 1 zu 1 Historienfilm. So, dann sehen wir im Hintergrund, die Greyhound ist nicht alleine, aber da kommen wir gleich auch noch zu, die hat auch ein bisschen noch Verstärkung dabei. Und da sehen wir jetzt auch schon den großen Antagonisten des Filmes, nämlich ein U-Boot, ein sehr eindeutig deutsches U-Boot, es sieht aus wie ein typischer Typ 7, Typ 7b. Und hier mit diesem, den Wolf könnt ihr euch nochmal merken, weil der kommt ja tatsächlich öfter im Trailer vor. Und es scheint wohl laut dem Trailer, also der Trailer suggeriert, dass das so das große Antagonisten-U-Boot ist. Und da sehen wir auch schon, na kurz, noch ein bisschen weiter. Der Roman und auch der Film, es geht um einen Konvoi, einen Konvoi, der von Amerika losgeht, eben nach England rüber und eben zwischendurch gejagt wird von einem Wolfsrudel. Und hier sehen wir jetzt auch schon, das ist nicht mehr der Wolf, das ist jetzt der Totenkopf auf dem Eisernen Kreuz. Und da drüben taucht gerade noch ein zweites U-Boot auf und hier im Hintergrund haben wir schon den Konvoi. Wieso die U-Boote jetzt so nah an dem Konvoi auftauchen, obwohl es noch Tag ist, dann sei mal dahingestellt, aber das eben so als Opening-Shot. Und bei dem Shot, das ist so ein kleiner Pet-Peeves-Shot von mir. Zum einen, wir haben ja gerade gesehen, das U-Boot feuert den Torpedo ab und da hinten haben wir den Zerstörer, also wahrscheinlich die Greyhound im Hintergrund. Jetzt sehen wir anhand des Kontextes hier schon, da ist kein Konvoi zu sehen. Das heißt, die Greyhound oder was auch immer das für ein Zerstörer ist, der macht gerade wahrscheinlich, hat sich losgelöst vom Konvoi, um höchstwahrscheinlich die U-Boote zu jagen. So, der, wieso jetzt das U-Boot die Greyhound, sag ich mal, angreift, sei mal dahingestellt und nicht sich auf den Konvoi konzentriert, ja, ist, kann man noch halbwegs verstehen, indem der Kapitän vom U-Boot irgendwie entscheidet, ja, der Zerstörer ist erstmal Priorität, wenn wir den weg haben, dann können wir uns voll und ganz auf den Konvoi konzentrieren, obwohl das nicht, es war nicht gängige Taktik, vor allem nicht im 42er-Kontext. Aber was mich bei dem Shot hier mehr stört, ist, der Zerstörer macht nach der Rauchfahne hier, die man, glaube ich, jetzt auf YouTube nicht so ganz sehen kann, aber der macht laut der Rauchfahne hier so ziemlich volle Fahrt. Und der Torpedo ist so auf diese, auf diesen Vektor gezielt und in dem Moment, wo der Torpedo hier hinten ankommt, ist der Zerstörer schon lange weg. Also, da hat der Vorhalterechner vom U-Boot nicht wirklich da gute Arbeit geleistet. Trotzdem haben wir hier einen Einschlag. Und der Shot, der ist so ziemlich in den Kommentaren des Trailers so ein bisschen auch zerrissen worden. Kann ich verstehen, ist ein sehr kontroverser Shot, aber wo ich sagen muss, ist jetzt nicht so super kontrovers. Also, sowas ist sehr selten, ist aber durchaus vorgekommen. Also, was haben wir hier erstmal? Wir haben natürlich den Zerstörer, wahrscheinlich die Greyhound, je nachdem, also, das sieht mir sehr nach einer Fletcher hier aus, gerade mit dem Seitenaufbau hier neben, und eben ein deutsches U-Boot. Was für eine Seitenmarkierung da drauf ist, kann ich gerade nicht erkennen. Aber ja, gut, da hatten wir ja gerade im nächsten Shot, hatten wir ja gerade das Hakenkreuz mit dem, was würde das sein, so einem Adler und dann hier unten noch vielleicht so ein Anker, je nachdem. Naja, auf jeden Fall nicht das Protagonisten-U-Boot, sagen wir mal. Aber der Shot hier ist natürlich schon sehr, sehr aufgeladen. Hier das U-Boot, das hier quasi so ein Western-Drive-By oder so ein 20er-Jahre-Drive-By macht, so Mafia-Style, gegen den Zerstörer oder auch umgekehrt. Ja, ist im ersten Moment etwas unlogisch, kann man verstehen. Aber sowas ist tatsächlich auch vorgekommen. Es ist absolut nicht die Regel gewesen, es ist absolut nicht häufig passiert. Das kann man wirklich in einer Hand abzählen, wie oft das tatsächlich auch mal passiert ist. Es kann mehrere Gründe haben. Es kann zum einen der Grund sein, dass das U-Boot irgendwie auftauchen musste, weil es an die Oberfläche gedrängt wurde, von dem Zerstörer vielleicht sogar. Vielleicht war es der einzige Ausweg nach dem Motto hier, wenn wir, der hat uns, der Zerstörer hat uns, der hat einen Sonar-Lock auf uns. Er wird uns versenken mit seinen Wasserbomben. Wir tauchen lieber mal auf, so können wir vielleicht dem Ganzen dann doch noch irgendwie entgehen. Vielleicht wollten sie sich auch gerade ergeben, wieso dann halt auch die Frage ist, wieso die Amerikaner dann trotzdem drauf schießen. Aber es ist keine weiße Flagge zu sehen. Von daher ist das U-Boot erstmal feindlich. Die andere Sache, die passieren kann, damit so eine Szene hier passiert, ist tatsächlich Zufall. Dass das U-Boot auftauchen wollte und hat gar nicht gemerkt, dass da ein amerikanischer Zerstörer über ihm ist. Und weil es eben im Sonarschatten war oder beim Zerstörer genauso, das U-Boot war vielleicht im Sonarschatten. Oder vielleicht wusste der Zerstörer auch, dass das U-Boot da ist, aber das U-Boot nicht. Und das U-Boot ist dann trotzdem aufgetaucht. Und man sieht ja hier, da ist noch keine Crew obendrauf. Das heißt, das U-Boot wird auch nicht lange an der Oberfläche gewesen sein. Vielleicht ist es gerade erst aufgetaucht und wird jetzt beschossen. Und die Deutschen im Inneren fragen sich so, was passiert hier? Wir werden beschossen, wir sind gerade erst aufgetaucht. Wir können die jetzt so schnell entdecken. Also es ist passiert, es ist häufiger dokumentiert passiert, dass U-Boote nah an feindlichen Zerstörern oder nah an feindlichen Schiffen aufgetaucht sind. Ob man hier so ein krasses Drive-Byte dann draus macht, wie gesagt, da müsste schon der amerikanische Zerstörer gewusst haben, dass da ein U-Boot ist. Und die Kanoniere müssten Bescheid gewusst haben, um eben gerade hier oben, das sieht so aus, als ob da die 128 oder die 127er oder zumindest die 40mm Bofors da schon wussten, was abgeht, damit die schon hier drauf gezielt haben. Kann passieren, ist natürlich erst mal ein cooler Shot für einen Hollywood-Film, aber allzu kontrovers würde ich das jetzt. Also ich würde den Film nicht vernichten, nur wegen diesem Shot. So, und dann Inside by Actual Events, habe ich eben schon mal was zu gesagt, ja, ist eher eine Buchverfilmung als Historienfilm. Aber da haben wir gerade erfahren, dass das wohl sein erstes Kommando ist. Hm? Erzählen wir gleich auch noch mal ein bisschen was zu. Also eben nochmal den Konvoi. So, und da mal jetzt quasi das Setup des Films. Und zwar, wenn sich mit dem Zustand im Nordatlantik während des 2. Weltkriegs nicht so ausgehen, also es gab, als die USA in den Krieg eingetreten sind, gab es im Grunde genommen 3 Zonen im Nordatlantik. Es gab die amerikanisch-kontrollierte, es gab die britisch-kontrollierte und es gab in der Mitte dieser beiden Zonen so ein großes Niemandsland, wo niemand wirklich wusste, was da, naja, nicht wusste, ist auch falsch ausgedrückt, aber wo es keine wirkliche Aufklärung gab. Also, diese Flugzeuge, die man hier gesehen hat, diese typischen Catalina, hatten wir gerade auch am Anfang schon, was sagen wir, 056. Hier haben wir diesen Money-Shot auf den Konvo und hier eben auch das Catalina Floatplane. Und hier haben wir es dann eben nochmal. Die waren auch sehr effizient und wurden auch eingesetzt, um U-Boote und feindliche Schiffe auch aufzuklären. Und wie gesagt, waren auch sehr gut drin. Aber hatten auch nur eine gewisse Reichweite. Und deswegen gab es in der Mitte des Nordatlantiks eben eine Zone, wo diese Flugzeuge eben nicht mehr fliegen konnten, wo man auch keine wirkliche effiziente Aufklärung hatte. Und da mussten die ganzen Konvois eben von USA nach England durch. Und da waren eben auch die Jagdgründe der deutschen U-Boote und dann auch der Wolfsrudel, wie wir dann hier im Film sehen. Da guckt ihm jetzt die Crew so ein bisschen verunsichert an. Das ist my first. Wir haben eben gesehen, es ist sein wohl erstes Kommando. Und es ist auch seine erste Überfahrt nach England. Da haben sich auch ein paar Leute, haben mich persönlich gefragt, ja, kann das so sein? Weil ich meine, er hat jetzt nicht nur das Kommando über einen Zerstörer bekommen, was ein erstes Kommando sein kann. Ja, also erste Kommandos sind jetzt nicht Schlachtschiffe oder Flugzeugträger, Korvetten, Zerstörer, sowas. Und dann kann man sich dann eben noch weiter hocharbeiten. Aber da haben mich jetzt einige gefragt, ist das so realistisch, dass jemand mit im Grunde genommen null Erfahrung, was zum einen Zerstörer, zum anderen hier Überfahrt nach England angeht, dass der schon auf so einer wichtigen Position eingesetzt wird. Und da kann man jetzt sagen, im Kontext des 1942-Settings, ja. Der Idealfall ist natürlich ein anderer. Aber man muss jetzt sehen, 1942, und komme ich gleich nochmal zu, man kann das relativ gut datieren, wann dieser Film spielen sollte, ist es durchaus möglich. Denn 1942 sind die Amerikaner eigentlich gerade im Pazifik, im Atlantik, teilweise auch, aber nicht so wirklich, aber im Pazifik sehr in der Defensive gegen die Japaner. Und die Amerikaner fangen jetzt an, massenweise Schiffe rauszupumpen in ihren Schiffswerften. Und sind dann irgendwann an einem Punkt, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt die ganzen Schiffe, aber wir haben kein richtiges trainiertes Personal dafür. Und dann fängt man wirklich an und sagt, okay, wir haben erfahrene Seeleute, die jetzt nicht unbedingt Kampferfahrung haben, nicht unbedingt Konvoi-Escort-Erfahrung haben, aber besser als die dann auf einem Flugzeugträger oder einem Escort-Carrier oder sowas einzusetzen. Machen wir es lieber hier. Und man nimmt dann quasi diesen Kompromiss in Kauf, zu sagen, okay, wir setzen da wirklich Leute drauf ein, die zwar sehr Erfahrung haben, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt Kampferfahrung, nicht unbedingt Übersatzerfahrung. Aber es ist möglich, dass so Leute auch so Kommandos bekommen haben. Ist auch passiert. Also es ist nicht nur möglich, es ist auch passiert. Da wurde jetzt das erste U-Boot gespottet. Oder haben wir es auch schon. Da haben wir jetzt den zweiten Indikator, dass es sich eben nicht um eine Mährenklasse handelt im 1942er-Kontext, weil wir haben hier gerade gesehen, uh, hallo, da relativ eindeutig Wasserbombenwerfer und die Mährenklassen, die 1942 im Dienst waren, die waren zumeist noch bestückt mit Abwurfschienen. Also die haben es noch über Schienensysteme gemacht, nicht unbedingt über diese wirklichen Katapultwerfer. So, da haben wir jetzt auch ein ganz anderes Schiff tatsächlich. Das ist nicht die Greyhound, sag ich mal, sondern es ist, das hat mich beim ersten Mal gucken auch so ein bisschen irritiert, denn das Tarnfarbschema passt so ziemlich gar nicht. Also wir haben hier eine Tarnfarbe drauf, die eigentlich nicht von der US Navy eingesetzt wird und das ist relativ typisch Royal Navy. Und dann habe ich mir das Schiff auch mal genauer angeguckt, in eben diesem Freeze-Frame, weil es ist so ziemlich der einzige Frame, wo dieses Schiff überhaupt vorkommt. Wir haben hier meiner Meinung nach, es ist nicht ganz eindeutig, was wir hier vor uns haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir hier eine Flower-Class-Korvette haben. Also da wir hier auch diesen typisch charakteristischen einen Turm in der Front haben. Wir haben hier hinten den Aufbau, wo hier eben auch die, ich schätze mal, dass es Bofors-Geschütze drauf sind, könnten zu der Zeit eigentlich auch noch Pompoms sein, aber ja gut, die Bofors hier hinten, die sehen schon sehr charakteristisch aus. Wir haben hier eben diesen kleinen zylindrischen Aufbau auf dem vorderen und diesen einen Schornstein direkt dahinter. Das sieht mir schon zusammen mit dem Tarnfarbschema sehr nach Flower-Class-Korvette aus. Die Pendant-Nummer kann man hier in dem Frame nicht so gut erkennen. Es könnte ein K sein hier vorne, was typisch wäre eben für diese Korvetten, aber gut, ist jetzt nicht unbedingt wirklich eindeutig. Jo, kann zwei Sachen bedeuten. Entweder haben wir hier für den Konvoi von Anfang an des Films eine Joint Task Force, das heißt, wir haben einen britischen Geleitschutz mit einem amerikanischen Führungszerstörer, eben der Greyhound, was so ziemlich das größte Schiff im Verband sein dürfte. Daher auch, dass Tom Hanks hier eben das Kommando hat, eben mit kleineren Schiffen der Royal Navy und der US Navy unterstellt. Die andere Sache, die sein könnte, wäre, dass es hier schon eine Szene aus, sagen wir mal, dem Ende des Films ist, wo eben von britischer Seite des Atlantiks Verstärkung herkommt. Also es wurde auch oft so gemacht, dass man dann zwei, drei Schiffe hatte, die den Konvoi komplett begleiten, von USA nach England. Und dann hatte man kleinere Schiffe im Verband, kleinere US-Korvetten, die dann die Hälfte der Strecke gehen und dann kommen eben britische Korvetten entgegen, die dann übernehmen und die amerikanischen Schiffe fahren nach Hause und die britischen Schiffe übernehmen das dann bis nach Hause. Also kann auch sein, dass das hier gegen Ende des Films und das hier dann so die Verstärkung ist, auf die die Greyhound dann wartet. Da haben wir jetzt die Ölspur gesehen, das heißt, ein U-Boot wurde zerstört. Und da haben wir gerade gesehen, die Distress Rocket oder die Signal Flare, die abgeschlossen wird von einem Frachter. Und die Szene ist so ein bisschen, hm, ja, gut. Wir haben hier, ich denke mal, dass es aus Sicht der Greyhound ist, weil wir haben hier einige Matrosen auch an Bord, die alle recht unbekümmert ihrem Dienst nachgehen. Also es sieht nicht so aus, als ob wir direkt schon Kampfstationen angesagt sind, wobei man hier im Frame davor schon alle in Kampfmontur hat. Also das haben die nicht ständig an, das haben die wirklich nur auf Actionstations an mit Helm. Und man hat hier eben auch Tom Hanks gesehen in seinem Captain-Helm. Und den zieht er natürlich auch nur an, wenn Kampfstationen angesagt sind. Was wir hier nicht haben. Das heißt, es ist nicht wirklich chronologisch. Und was hier auch so ein bisschen, ja, was jetzt kein großer Fehler ist, aber wo man auch darauf hinweist, ist, wir haben hier einen Zerstörer mit Sonar, also mindestens mal einen Zerstörer mit gutem Sonar. Und der scheint bisher noch nichts aufgefasst zu haben, was man hier an den Matrosen sehen kann, die hier so ein bisschen ihrer Wege gehen. Und dann haben wir hier auf einmal eine Signal Flare von einem Frachter. Was im Grunde genommen nur bedeuten kann, entweder hat der Frachter Besseres Sonar als der Zerstörer oder wir haben hier wirklich jemanden an Bord, der richtig, richtig gute Augen hat und entweder ein Periskop gesehen hat oder ein Torpedo, der direkt auf sie zukommt. Wobei die Frage dann wäre, wieso der Zerstörer das dann vorher nicht aufgefasst hat. Aber das halt eben nur so am Rande. Das ist dann so die Opening-Szene, da haben wir wieder das wahrscheinlich Antagonisten-U-Boot mit dem charakteristischen Wolf auf der Seite, der hier auch ziemlich nah an dem Konvoi oder zumindest an der Greyhound vorbeifährt. Ja, da haben wir jetzt so ein paar Money-Shots quasi. Die sagen nicht wirklich was aus, aber es sette zumindest schon mal so das Setting ab. Das sette das Setting ab, kann man das so sagen. Aber es stellt die Situation vor, wir haben hier mehrere U-Boote, wir haben hier ein bisschen Action. Es ist ein amerikanischer Kriegsfilm, da muss sowas schon rein. Das ist auch so eine Sache, da kommen wir gleich noch zu. Warte. Das ist jetzt auch so eine Sache, die wurde auch in den Kommentaren angesprochen und da habe ich auch Fragen zu bekommen. Nämlich U-Boot-Angriffe bei Nacht an der Oberfläche im 1942-Setting. Ist das noch vorgekommen? War das noch der Fall? Ja, ist so eine Sache, die hat im 1942-Setting quasi noch Kommandant von Kommandant zu Kommandant selbst entschieden. Ist nicht mehr so üblich gewesen tatsächlich, weil 1942, da wurden die Sonaranlagen der Briten und dann halt auch der Amerikaner, die wurden besser und besser, sodass es auch, und auch die Radaranlagen, ich meine, wenn man an der Oberfläche ist, die Radaranlagen, die spielen dann ja auch eine Rolle und die konnten so, selbst so kleine Türme wie hier, die U-Boote, die typischen Typ 7B-U-Boote hatten, auch schon erkennen. Und das wurde auch sehr schnell von den deutschen U-Boot-Kapitänen aufgefasst, sodass die wirklichen Angriffe dann auch bei Nacht unter Wasser erfolgt sind. Also man hat sich dann 1942, war so die Übergangsphase und 1943, da hat man sich schon gar nicht mehr so die Mühe gemacht, überhaupt Angriffe, was heißt Mühe gemacht, das war ja eher eine Erleichterung, Angriffe über Wasser zu führen, nachts. Und man hat das dann runtergeschraubt, sehr wörtlich genommen und hat dann eben die Angriffe unter Wasser gefahren, auch nachts. Und es ist 1942 immer noch möglich, dass einige U-Boot-Kapitäne auch nachts sich dann entscheiden, halt über Wasser den Angriff zu führen. Es ist nicht mehr die Regel, aber es ist jetzt auch nicht wirklich was, wo man den Film wirklich zerreißen müsste, deswegen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Wir haben hier eine Szene, wo ein U-Boot direkt durch den Konvoi fährt. Ist passiert, war auch tatsächlich gang und gäbe. Der Zerstörer entdeckt das U-Boot, feuert auf das U-Boot. Da sehen wir jetzt gleich noch, könnt ihr sehen, die Schüsse gehen definitiv in Richtung U-Boot, aber dann kommen die Schüsse vom U-Boot zurück auf den Zerstörer. Wo ich mich frage, wenn ein U-Boot schon unter Beschuss von Flakgeschützen steht und es an der Oberfläche ist, was ist dann die beste die beste Aktion, die der Kapitän anordnen kann? Zu tauchen und sicher zu sein, zumindest bis dann das Sonar anschlägt und die Wasserbomben kommen. Oder das eigene Flakgeschütz bemannen und auf einen Zerstörer feuern, der direkt neben einem steht, mit größeren Kanonen, mit mehr Kanonen, mit generell besserer Bewaffnung. Was will der U-Boot-Kommandant hier erreichen? Ich meine, im besten Fall kann er hoffen, den Kapitän zu verbunden, irgendwie die Führung, die Offiziere zu verbunden, aber die US Navy war schon, also selbst im 42er-Kontext, wo sie noch so ein bisschen am struggeln war, war sie schon so weit getrimmt, dass eine Mannschaft auch ohne Kapitäne und ohne die Hauptoffiziere auskommen kann. Also der Shot ist noch der, wo ich sagen würde, okay, den hätte man vielleicht sein lassen können. Ist ja noch so ein bisschen am Zweifeln und da hatten wir jetzt so ziemlich die Bestätigung, dass es wirklich nicht eine Mayernklasse ist, weil wir sehen hier das Heck der Greyhound, da hinten haben wir die Wasserbomben gelagert und hier sehen wir die beiden Hecktürme und eine Mayernklasse, wie es eigentlich in der Romanvorlage war, hat hier hinten keine Türme. Die hat hier hinten zwar zwei Kanonen, aber die Türme und gerade die Türme, die es sind, waren nicht auf einer Mayernklasse installiert und gerade auch die, wenn ich sage, die Türme, die es sind, es gab nur zwei Schiffe der Mayernklasse, die komplett geschlossene Türme hat und die auch nur vorne und wir haben hier definitiv das Heck des Schiffes und hier sehen wir definitiv die Türme, die hier hinten sind auch geschlossen. Da haben wir noch mal so ein paar, ja, es ist wahrscheinlich dieselbe Szene wie am Anfang des Trailers und hier, hier haben wir jetzt im Grunde genommen noch einen recht guten, einen recht guten Anblick des Zerstörers, der Greyhound und hier sehen wir auch schon, das ist definitiv keine Mayernklasse, das ist eine Fletcher-Klasse. Also hier und da kann man noch ein bisschen argumentieren, aber gerade bei den Aufbauten, bei den Türmen wird es eigentlich relativ eindeutig, weil wir haben hier vorne, wie gesagt, hier könnte man auch sagen, wenn man sich nur diesen Abschnitt des Schiffes anguckt, könnte man auch sagen, ja, okay, könnte auch eine Mayernklasse sein, eine von zwei Schiffen, wie gesagt, die hier vorne auch geschlossene Türme hatten, aber wenn man sich das Heck des Schiffes anguckt, hier, das ist definitiv eine Fletcher-Klasse. Also nicht nur sind es zwei Geschütze hier hinten, es sind drei Geschütze hier hinten und es sind auch drei geschlossene Türme und der eine Turm ist nach vorne ausgerichtet und mit hier hinten noch einem kleinen Heckaufbau dahinter, was den Turm dann von den beiden letzten Türmen trennt und das, ja, also das ist definitiv eine Fletcher-Klasse. Kann man jetzt für und gegen argumentieren, ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, ja, es sieht für einen Film besser aus und die Fletcher-Klasse ist ja auch eine, ja, das ikonischere Schiff von beiden. Also wenn du jetzt einen Zerschörer wählen würdest im Zweiten Weltkrieg von den USA, dann würde man wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle die Fletcher-Klasse nehmen und da, das haben sich wahrscheinlich die Leute in Hollywood auch gedacht, die haben sich gedacht, meine Güte, wir brauchen hier etwas, was typisch amerikanisch Zweiter Weltkrieg ist, so eine Mehrheit-Klasse, die erkennt nicht unbedingt jeder, aber so eine Fletcher-Klasse, das ist schon, das ist schon ikonischer. Von daher, wie gesagt, es ist eine Buchvorlage, ich bin da völlig d'accord für und ich weiß nicht, ob Hollywood so genau drüber nachgedacht hat, aber die haben auch relativ, sagen wir mal, sie haben Glück gehabt, weil gerade 1942 im, was, Juni oder, ich glaube, Juni oder Juli 2000, äh, 1942, wurden die ersten Fletcher-Klassen auch in Dienst gestellt, das heißt, es würde sogar Sinn machen, dass wir hier im Nordatlantik eine Fletcher-Klasse haben, wenn die Prämisse ist, dass es hier wirklich Mitte bis Ende 1942 ist, also Anfang 1942 macht das Schiff kein, also Anfang 1942 macht das Schiff keinen Sinn, aber Mitte bis Ende, ja, kann man machen. Wo dann aber auch die Frage wäre, eine Fletcher-Klasse als erstes Kommando von einem Kapitän wäre dann natürlich wieder eine andere Sache, da hätte man wahrscheinlich einen erfahrenen Kapitän befördert auf eine Fletcher-Klasse und hätte Tom Hanks dann hier auf eine Merian-Klasse oder sowas gesteckt. Und da, mit dem Shot weiß ich nicht so ganz, was ich anfangen soll, denn hier haben wir wieder den charakteristischen Wolf und wir sehen ziemlich eindeutig, wie der Wolf oder der Turm dieses U-Bootes zerschossen wird und damit eben auch das U-Boot unbrauchbar ist. Wenn es wirklich so ist, wie der Trailer hier vermuten lässt, dass dieses U-Boot der Antagonist ist oder das Antagonistenschiff, das Antagonistenboot, dann könnte diese Szene wirklich gegen Ende des Films sein. Und wir wissen dann quasi schon mehr oder weniger, wie es ausgeht, weil mit dem U-Boot hier ist es ziemlich zu Ende. Target's disappeared, sir. Disappeared, ganz kurz, heißt nicht zerstört, da war jetzt in den Kommentaren, wo ich gerade noch dran denke, ist jetzt nicht wichtig für den Trailer, aber es war in den Kommentaren, war es so ein kurzes Thema. Oh ja, Target disappeared! Und dann gerade nachdem dieses U-Boot hier zerstört wurde, disappeared, Navy-Sprache heißt nicht zerstört, heißt einfach nur, dass man es nicht mehr auffinden kann. So bei Radar oder Sonar einfach, dass es nicht mehr angezeigt wird. Ob es jetzt im Radar oder Sonar Schatten ist oder ob es halt einfach zu tief, zu weit weg ist, ist eine andere Sache. Da, wie gesagt, nicht ganz chronologisch, der Wolf ist wieder da. Ja, und da haben mich jetzt einige Leute auch angeschrieben und haben gesagt, was zur Hölle? Das ist so ziemlich die zweite große kontroverse Stelle in diesem Trailer. Zum einen der deutsche U-Boot-Kommandant ruft bei der Greyhound an, stellt sich einmal vor, hallo, ich bin der deutsche U-Boot-Kommandant, ähm, Greyhound, viel Glück, die Nacht zu überleben und dann haben wir eben danach die Szene mit dem Sonar, wo Tom Hanks hingeht, dreht an einem Regler und auf einmal werden alle U-Boote sichtbar. Zwei Sachen, zum einen erstmal hier der Telefonanruf, sag ich mal, ganz salopp, ähm, Funkgerät. Zum einen, das U-Boot müsste aufgetaucht sein, um diese Nachricht überhaupt verschicken zu können. Das heißt, das U-Boot begibt sich schon mal extra in Gefahr, nur um die Greyhound zu kontaktieren. Zum zweiten, das U-Boot musste die genauen Frequenzen haben, diese, dieser Eskorte, nicht nur der US Navy, das müsste irgendwie geknackt sein, keine Ahnung, und nicht nur die Daten hier des Convois, sondern, kann ja auch auf einer offenen Frequenz sein, wobei ich jetzt nicht weiß, wieso die Greyhound einfach eine offene Frequenz laufen lässt, während sie offensichtlich auf Kampfstation ist. Drittens, wieso macht der U-Boot-Kapitän das? Einfach nur, um denen zu sagen, ja, viel Glück, viel Glück. Ach, übrigens, wir haben Verstärkung, weil das, also, wenn man den Trailer so glauben kann, das bringt Tom Hanks ja erst dazu, das so nah mal richtig einzustellen. Ja, good luck surviving the night. Tom Hanks geht hin, dreht dann einen Regler und plötzlich sind alle U-Boot-Sichtbar. Was, was mich das zu der Frage führt, was macht der so einen Sonar-Operator in der Zeit? Hat der die ganze Zeit geschlafen? War der mal auf Toilette? Ich weiß es nicht. Kann der seinen Job? Sodass der Kapitän hingehen, der Kapitän des Schiffs, der ja wirklich andere Sachen zu tun hat, als dem Sonar-Operator über die Schulter zu schauen, er geht hin und muss dann noch an einem Regler drehen und auf einmal sind alle U-Boote sichtbar. Was ja auch so eine Sache ist, ich bin jetzt selbst kein Experte für Sonaranlagen und auch kein Experte für Sonaranlagen während des Zweiten Weltkrieges. Ich weiß, wie die Geräte aussehen, ich bin jetzt nicht unbedingt Experte darin, wie sie genau funktionieren, aber ob man an einem Regler dreht und ob plötzlich werden im 42er-Kontext alle U-Boote sichtbar mit exakter Positionsanzeige, kein kleiner Sonar-Schatten da, nichts wirklich, was einem so, hm, okay. Ja, das sind so ein paar Sachen bei dieser Szene, wo man sich denken könnte, hm, ja, okay. Ich meine, kann man alles erklären mit, man will es spannend machen, man will es dem, man will es dem Publikum zeigen, was gerade abgeht, weil das Publikum, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder im Publikum wirklich Experte für Sonartechnik ist und wenn man, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man mir jetzt einen komplexen Sonar-Sonar-Bildschirm zeigen würde mit Frequenzen hoch und niedrig und sowas und ich sollte da jetzt irgendwas drin spezifisch erkennen, würde ich auch sagen, ja, hat jetzt das Ziel ein bisschen verfehlt bei mir, deswegen bin ich da schon, ja, okay, für den Kontext des Films ist es okay. Was ich jetzt hier bei diesem Bildschirm, also bei diesem Frame, was ich jetzt nicht ganz so cool finde, ist, dass hier sollen ja wohl alles U-Boote sein. Es würde Sinn ergeben, wenn das hier, also, wenn das hier alles der Konvoi wäre. Das würde Sinn ergeben, weil wir haben ja auch so ein paar Formationen drin, die ein bisschen aufgebrochen sind, vielleicht wurde der Konvoi gerade angegriffen. Hier vorne, das könnten die Escort-Schiffe sein, die vorne wegfahren. Hier haben wir den Führungszerstörer, was da nicht wirklich Sinn machen würde, weil der Führungszerstörer ist hier, die Greyhound, weil ansonsten hätte Tom Hanks wahrscheinlich keine Führungsrolle in diesem Film, wenn die Greyhound nicht der Führungszerstörer und generell der Führer des Konvois wäre. Vielleicht haben wir hier nochmal so einen Support-Zerstörer einfach, der hier nochmal Screening macht in beide Richtungen. Das könnte sein, aber der Trailer lässt es jetzt vermuten, dass das hier eben alles U-Boote wären. Wo ich sagen würde, wenn das hier U-Boote sind, dann machen die Deutschen hier im Film auch irgendwas falsch. Weil zum einen sind es hier, also ich gehe mal davon aus, dass es noch bis hier hinten hingeht, so ungefähr, überall noch Punkte kommen, dann sind das irgendwie 30, 40 U-Boote, die aber alle im selben Vektor den Konvoi, der hier ungefähr dann irgendwo sein wird, angreifen. was nicht so unbedingt gängige U-Boote-Taktik oder Wolfsrudel-Taktik 42 war, weil gängige U-Boote-Taktik wäre, den Konvoi zu umstellen und dann mehrere Angriffsvektoren zu haben und sich nicht selbst über den Haufen zu fahren. Ja, wie gesagt, also es könnte sowohl das eine als auch das andere sein. Ich würde jetzt, also der Trailer lässt es wie gesagt vermuten, dass das hier alles U-Boote und alles Feinde sind und sowas. Ich bin da eher skeptisch. Wenn es doch so ist, dann, wie gesagt, ist das so ein bisschen, ja gut, es ist ein bisschen, ein bisschen hirnrissig. Wenn es allerdings dann doch im Film anders ist, ich könnte vermuten, dass das hier eher der Konvoi ist. Gut, aber es ist wie gesagt alles so eine Vermutungssache. Noch ein paar Money-Shots drin. Das war auch so ein bisschen kontrovers, wo ich gefragt wurde, ja, warum, wieso, weshalb. Da haben wir wieder so eine Szene, wo das Kontroverse daran ist, noch nicht mal irgendwie, dass der Torpedo einfach so abprallt, ohne dass der Zünder losgeht. Das kann mehrere Gründe haben. Das ist auch sehr realistisch. Also der Aufprallwinkel war, gut, dass der einfach weiterfährt, das kann man verstehen. Und generell auch Torpedos waren jetzt nicht unbedingt die zuverlässigsten Waffen im Zweiten Weltkrieg. Von daher ist das nicht unbedingt so eine Stelle, wo man sich sagen könnte, meine Güte, sollte man jetzt den Film verreißen. Was halt eher das Problem ist bei der Szene ist, dass die U-Boote schon wieder die Greyhound angreifen und nicht den Konvoi. Kann jetzt dieselbe Szene sein wie beim Anfang, dass sich ein U-Boot-Kapitän eben sagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal den Führungszerstörer hier rauszunehmen, damit die Eskorte weg ist oder zumindest erstmal aufgerieben ist, sodass wir dann uns ruhiger um den Konvoi kümmern können. Kann sein. Vielleicht ist es dieselbe Szene, vielleicht hat auch ein U-Boot in diesem ganzen Wolfsrudel aus, was weiß ich, 30, 40 U-Booten, wer weiß, wie viele es dann im Endeffekt im Film sind, gesagt bekommen, hier, du kümmerst dich um die Eskorten, wir kümmern uns um den Konvoi. Kann auch sein. Ist es super realistisch, na gut, die meisten U-Boote oder die meisten Kapitäne werden wahrscheinlich den Konvoi angegriffen haben, das priorisiert haben, weil U-Boote eben keine Frontlinienwaffe sind. Sie sehen, es geht nicht darum, Kriegsschiffe zu versenken im besten Falle, außer es sind jetzt wirklich High-Priority-Targets, sowas wie Flugzeugträger, sowas wie Schlachtschiffe, Kreuzer teilweise auch noch, aber Zerstörer sind jetzt wirklich kein kein großartiges Ziel für U-Boote. Da sind dann die Konvois schon sehr viel wertvoller und, ja gut, dass man hier einfach so ein Duell draus macht, kann man im, wie gesagt, im Sinn des Filmes kann man verstehen. Allzu realistisch, ja, mit ein paar Einschränkungen, ja, kann man mal ein Auge zudrücken. Was ich da halt wieder schade finde, dass halt ein Money Shot wieder verschenkt ist, den man, wo man im Film gesessen hätte, man hätte ihn noch nicht gekannt und dann so, boah, krass geil, aber der wurde jetzt halt schon im Trailer gezeigt und dann Endscreen, Greyhound. Als Fazit, ich freue mich auf den Film, ich finde ihn eigentlich, also, was der Trailer jetzt zeigt, ist alles sehr plausibel. Hier und da gibt es so zwei, drei Stellen, wo man sich erstmal denken kann, ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass es wirklich alles einem Zerstörer passiert, während einer Überfahrt, sodass das U-Boot da direkt neben einem aufbaut, dass die U-Boote den Zerstörer eher angreifen als den Konvoi, das hier, aber es ist ja zum einen, wie gesagt, eine Romanverfilmung, alles kein Thema, zum zweiten ist es ein Film, der nicht wirklich auf historische Authentizität legt, sondern wirklich eine Geschichte erzählt, wie die Zustände, sagen wir mal, bei diesen Atlantiküberfahrten war. Also jetzt nicht unbedingt eine Atlantikfahrt spezifisch rausgepickt hat, um die zu zeigen, das wäre sogar relativ langweilig für einen Film, denke ich mal, wo dann einfach fünf, sechs Tage nichts passiert und zwischendurch in einer Nacht verliert man dann mal zwei, drei Konvois und dann fährt man als einsamer Zerstörer, fährt da raus und sucht ein paar Stunden lang ein U-Boot und hat es nicht gefunden und fährt dann halt wieder zurück und dann geht es halt weiter. Würde keinen guten Film machen, würde ich persönlich auch nicht schauen wollen, deswegen bin ich sogar ganz froh, dass sie so ein paar Sachen reingenommen haben, die passiert sind, nachweislich, die aber wie gesagt halt, die sind nicht bei jeder Überfahrt passiert und die sind auch nicht so häufig passiert. Man muss schon Glück haben, wenn man einen Kapitän getroffen hätte damals, der gesagt hat, boah, da ist neulich ein U-Boot direkt neben mir aufgetaucht und unsere Leute haben direkt drauf geschossen. also das ist wie gesagt vielleicht in der Hand voll von Fällen mal passiert. Und wie gesagt, erstes React-Video von mir zu so einem Film, wenn ihr Lust drauf habt, das war ja von der Community vorgeschlagen, wenn ihr Lust auf mehr habt, vielleicht auch mehr andere Formate, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich hatte relativ Spaß dabei, es hat schon Spaß gemacht. Ich sehe jetzt gerade, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen viel gelabert jetzt, 40 Minuten für zwei Minuten 40 Trailer. Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber wenn ich mal anfange über was historisch zu reden, dann kann ich auch nicht aufhören. Von daher würde ich mich einfach ein bisschen über euer Feedback freuen und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.